Auch beim TGSWW die MAN-Kernkompetenz, der leistungsfähige und zuverlässige Antriebsstrang. Je nach Zulassungsvorschrift des jeweiligen Exportlandes bietet die breite Motorenpalette der D20 und D26 Baureihen die passende Motorausführung, die sparsamen Common Rail Motoren bilden dabei die technische Basis für einen wirtschaftlichen Fahrzeugeinsatz bei minimiertem CO2-Ausstoß. Das manuell geschaltete 16-Gang-Getriebe erlaubt durch seine optimale Gangstufung bei allen Fahrsituationen die Nutzung des wirtschaftlichen Motordrehzahlbereichs. Mit der pneumatischen Schaltkraftunterstützung muss der Fahrer beim Schaltvorgang nur eine angenehm niedrige Schaltkraft aufwenden. Keine Ablenkung durch die Schaltarbeit, gesteigerte Transportsicherheit und Schonung des Antriebsstrangs ermöglicht das automatisierte Zwölfgang-Schaltsystem MAN-TITMATIC. Fehlbedienung und Schäden, wie sie oft bei weniger geübten Fahrern vorkommen, werden vermieden. Die optimal auf die Motorkarakteristik abgestimmte Schaltstrategie senkt den Kraftstoffverbrauch. Je nach Fahrzeugauslegung erfolgt die Umsetzung des Drehmoments im Hinterachsantrieb einstufig oder zweistufig. Bei Fahrzeugen im überwiegenden Straßenbetrieb reduziert der verlustarme Mittentrieb der Hypoid-Hinterachsen den Kraftstoffverbrauch und die Geräuschentwicklung. Für hohen Zugkraftbedarf im Geländeeinsatz eignen sich besonders die zweifach übersetzten Hinterachsen in Außenplanetenausführung. Da das maximale Drehmoment erst an der Radnarbe anliegt, werden die Übertragungselemente des Antriebsstrangs bis dorthin geschont. Die geringeren Abmessungen des Achsmittentriebs verbessern die Bodenfreiheit und damit auch die Offroad-Eigenschaften des Fahrzeugs. Jeks. Note 7. . . Untertitelung des ZDF, 2020